Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Step-by-Step Hortelissi. Ist da gerade mit beschäftigt, hier irgendwie was zu retten, weil ich habe gerade total vergessen, was ich hier gemacht habe das letzte Mal. Denn ich habe, lasst mich überlegen, ich glaube ich habe die Wände gestrichen, oder? Ja, ich bin gerade hier irgendwie so reingekommen und dachte, ups, was hast du das letzte Mal gemacht, hättest du dir vielleicht anschauen sollen. Aber es sieht so aus, als hätte ich gerade die Wandfarbe verteilt. Und ja, ich denke, da sollte ich jetzt vielleicht auch mal weitermachen. Es sieht so aus, als hätte ich unsere gute Nora hier einziehen lassen. Und hier sollte dann wahrscheinlich Carsten hin. Und hier unsere Küche. Und wo sollte das Wohnzimmer hin? Ich denke, das sollte... Gott, wie sollte das Wohnzimmer hin? Ja gut, das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ich glaube, das Wohnzimmer sollte, glaube ich, hier mit rein. Oder sollte hier das Esszimmer rein? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wollte ich hier das Wohnzimmer reinmachen? Oh, verdammt, ich habe keinen Plan. Das ist schlecht. Nee, weggefallen. Nee, mich hat letztens auch irgendjemand in den Kommentaren angeschrieben von wegen, ja, kannst du dich mal hier in jedem Raum irgendwie ein Objekt platzieren, damit du nicht jedes Mal neu überlegst, wo du was hinpacken wolltest. Ja, ist so von der Idee gar nicht so blöd, aber irgendwie lebt ja mein ganzes Einrichten davon, dass ich mir jedes Mal überlege, wo welcher Raum hinkommt oder vielleicht doch nicht, weil so entdecke ich Fehler in meiner Strukturierung auf oder, naja, stelle irgendwie andere Sachen fest. Und deswegen werde ich an meiner Taktik hier auch nichts ändern. Und ich fand es auch ziemlich dreist, einfach zu sagen, hey, komm, mach doch mal das und das und wehe, du tust das nicht. Weil das kommt halt für mich immer so rüber, als du musst das tun und wenn du das nicht tust, bist du blöd. Wisst ihr, was ich meine? Das kommt irgendwie nicht so gut. Nee, aber ich denke, ich mache jetzt einfach mal hier mit der Platzierung weiter. Ich muss mir nur nochmal schnell klar werden, was hier was sein sollte. Und in der Zwischenzeit streiche ich ja einfach irgendwelche Leerräume. Das ist doch spannend, oder? Das ist richtig unterhaltsam. Gut, nein, okay, lasst mich überlegen. Okay, hier unten waren die Zimmer als Diss festgelegt. Hier sollte auf jeden Fall einer der Leute rein. Hier auch und dort und hier. Das heißt, hier Badezimmer groß, Badezimmer, Badezimmer, alles mal Badezimmer, Bibliothek, Treppenaufgang. Hier ist sowieso Flurbereich, da können wir alles mögliche reinstellen. Hier wollte ich irgendwie Sport oder sonst was mit reinhauen und dann hätten wir den Raum hier frei. Dann denke ich mal, sollte das hier das Wohnzimmer werden. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, Pech gehabt, weil ich will hier schon, obwohl das Esszimmer auch hier reinpassen würde, so ist es nicht... Hm. Aber hier, das ist mir irgendwie zu blöd als Wohnzimmer. Also werden wir das mal frei lassen. Und ja, dann mache ich jetzt einfach mal hier an der Stelle weiter und werde das hier als Wohnzimmer umdekorieren. Ein Wohnzimmer im Keller wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Das hätte auch was, aber da müssen wir ja ewig weit latschen. Deswegen werde ich das hier wirklich einfach als Partyraum gestalten und dann ist gut. So, jetzt erstmal rum hier. Und ja, überlegen. Wie gestalten wir das Wohnzimmer? Was haben wir hier für Wände und Wandfarben? Machen wir das Wohnzimmer mal so ganz komisch hier halt. So, was nehmen wir für eine Wandfarbe fürs Wohnzimmer? Weil das letzte war ja rot, das will ich ja jetzt nicht unbedingt wieder haben. Dann würde ich sagen, machen wir das hier einfach mal blau. Ich würde es nur gerne tauschen. Dann habe ich es aber komplett getauscht, genauso wie ich es auf keinen Fall haben wollte. Dann machen wir das noch einfach einmal rum. So, und dann noch einmal das. Gott, hier einmal ein Hin- und Hergetausche. Ja gut, so gefällt mir das schon besser. Dann machen wir hier mal so ein dunkles, modernes Wohnzimmer draußen. Und dann hat sich die Sache. Was haben wir für Fußboden-Möglichkeiten? Wir hatten ja hier den Holzfußboden noch vom Flur. Hm. Dann könnten wir vielleicht irgendwas Gerades oder so machen. Hier den Boden vielleicht. Der ist aber vielleicht ein bisschen zu gerade. Ach, verdammt. So, dann werde ich einfach mal den hier nehmen. In der Hoffnung, das sieht gut aus. Ich werde ihn jetzt auch, glaube ich, farblich nicht ändern. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Gut, dann haben wir das. Wir haben die Küche mit dem Holzfußboden. Und das haben wir. Da hatte ich das nochmal geändert. Und ja, dann taugt das soweit. Gut, hatte ich hier schon irgendwelche Zimmer festgelegt? Aber es sieht fast so aus. Wie sieht es denn hier aus? Wer bist du? Du bist Tessys Zimmer. Ja, das ist Tessy eindeutig. Hier hatte ich noch nichts drin. Und hier soll dann wohl Mila rein. Und hier dachte ich mir bestimmt den Bill. Würde ich fast wetten. Das sieht auf jeden Fall nach Bill aus. Den habe ich wohl eher schlicht eingerichtet, weil ich mir dachte, hey, da muss es dunkel sein. Und hier sollte Person X rein, von der wir noch keine Ahnung haben. Also habe ich das ja alles schon so ganz gut hinbekommen. Habe ich hier oben schon was gestrichen? Nein, auch nicht. Ja, ich würde hier oben eigentlich gerne noch ein Zimmer reinziehen. Ich weiß noch nicht was. Ja, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber ich würde es gerne irgendwie separieren. Damit wir hier mehrere Zimmer haben. Dann würde ich hier erstmal so ein Zimmer ziehen. Und so ein Zimmer. Dann haben wir hier das alles so ein bisschen separat. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Dann schnappen wir uns mal hier oben das Geländer, weil ich möchte jetzt hier nicht schon wieder irgendwie mit Wand arbeiten. Das fände ich blöd. Okay, die Treppe haben wir auch noch nicht eingefärbt. Haben wir hier überhaupt schon irgendwo eine Treppe eingefärbt? Ich glaube eigentlich schon, oder? Aber die Farbe hier kann es ja irgendwie mal nicht sein. So, ist das Holz jetzt hier mal durchgeladen? Oder dauert das noch eine halbe Ewigkeit? Ich glaube, es dauert noch eine halbe Ewigkeit. Ne, okay, hier habe ich eine Steintreppe genommen, weil ich will jetzt hier nicht überall eine Steintreppe. Okay, das ist sowieso nicht die richtige Farbe. Dann werde ich jetzt einfach mal hier das nochmal ändern, weil das schaut mir nicht so aus, als hätte ich das schon verändert, oder? Und das würde anders ausschauen. Ja, die Farbe gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. Dann werde ich mal den Rest auch so einfärben. Habe ich hier überhaupt schon was eingefärbt? Ne, da habe ich nur das Holz so gefärbt vom Bücherregal. Naja, mein Gott, ne? Ist auch hübsch. So, dann machen wir das hier mal noch klar. Sehr gut, aber dann müssen wir hier den Boden nochmal ändern, weil der sieht jetzt natürlich in der Sache irgendwie doof aus, obwohl er auch dazu passt. Okay, ne, den lasse ich da jetzt einfach so. Ha, wisst ihr, weil ich habe gerade wegen der Maserung überlegt, weil das halt jetzt genau entgegengesetzt ist mit den Streifen und den Streifen, aber mein Gott, ist halt jetzt so im Raum verlegt und dann ist gut. So, jetzt habe ich die Treppen eingefärbt. Was wollte ich gerade machen? Ach so, ja, hier oben das Geländer. Stimmt, ich wollte doch sagen, hä, ist unser Grund gehabt, warum ich die eingefärbt habe. So, dann färbe dich mal bitte. Ähm, bitte, weg mit dir und gleich mal wieder hin. Wieso, weshalb, warum? Okay, das ist so ein Doppelfenster. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, aber ich will die Platten hier auf keinen Fall hinter behalten. Die finde ich genauso ungünstig. Allerdings ist das jetzt... Ah, nee, okay, der Raum, ich dachte, hier ist auf einmal ein anderer Raum. Das wäre noch blöder gewesen. Jetzt lasst mich mal überlegen, wo haben wir denn diese wunderbaren Einzelfenster? Ja, hier haben wir eins. Sehr gut. Dann können wir die hier gleich mal daneben kloppen. So, jetzt platziere ich mal bitte. Ach nein, das hatte ich ja mit Move Objects gemacht. Dann sollte ich das vielleicht nochmal korrigieren. So, dann passt das jetzt auf jeden Fall rein. Spinnt gerade zwar ein bisschen rum, aber nein, mein Gott. So, dann platziere ich da mal bitte rein. So, 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 so. So, jetzt einmal hoch, runter oder Hammer oder irgendwas müsste was bringen. Ha, okay, hoch, runter hat es gebracht. Dann wird hier diese Grafikfehler wieder verschwinden. So, das Problem ist jetzt allerdings nur, bei meinem ganzen Spektakel, habe ich vergessen, hier so ein Stück Zaun aufzubewahren. Jetzt darf ich das nochmal machen. Ach, herrje, daran hätte ich vielleicht vorher denken sollen. So, aber wir können es ja einfach nochmal einfärben. Ne, was kostet die Welt? Hab ja sowieso schon keine Zeit, hier ewig rumzubauen. Aber lasst uns mal 10.000 Mal den Zaun einfärben. So, ja, das gefällt mir schon besser. Dann haben wir hier wenigstens den schönen Treppenaufgang und dann geht uns hier so schön lang und so. Und alle sind irgendwie happy. Gut, dann werde ich mal hier noch die Tür einbauen. Und hier werden wir auch nochmal rumgehen. Oder mache ich dies gleich hier an der Seite? Ich mache das mal gleich hier an der Seite, dann haben wir da noch ein bisschen Platz an der Wand. Auch gut. Ja, und dann bin ich hier soweit eigentlich auch schon fertig. Natürlich, abgesehen von der Farbe. Was nehmen wir denn jetzt hier für den Fußboden? Kann ich die von unten aufgreifen? Das wäre ja mal ganz praktisch. Yay, können wir. Dann verlege ich doch hier gleich mal alles so. Brauchen wir hier oben noch ein Bad? Eigentlich nicht, ey. Wir haben so viel Bäder, aber... Ne? Man kann nie genug Bäder haben. So ist es doch. So, dann klatschen wir hier oben einfach noch eins rein. Was soll der Geiz? So, hier hin damit. Und... Plapla. Aber was machen wir jetzt da für eine Färbung hin? Weil ich möchte jetzt hier nicht so was mega Auffälliges. Dann nehmen wir einfach mal das Schlichte hier und verpassen dem Ganzen vielleicht noch ein schönes helles Braun oder so, dass das jetzt nicht ganz so minimalistisch ausschaut. Ja, das ist vielleicht getauscht oder so. Und das Obere machen wir dann einfach nur weiß. Sieht das nach was aus? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nur so ein Braun. Das wirkt zu viel irgendwie. Hm, so. Ne, wirkt alles nicht. Ich glaube, wir sollten das wirklich weiß machen. Sieht zwar dann wieder sehr karg und steril aus, aber das ist mir auch egal. So, das Lustige ist, ich färbe jetzt alle Räume so. Es lohnt sich nicht wirklich. Aber ich hätte gern doch diese separate Auftrennung. So von wegen auch Garten und Nicht-Garten und vielleicht Garten. Und... Also halt diese Blumentöpfe, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, hier wollte ich halt das Sportzimmer rein verpflanzen. Dann mache ich hier einfach mal eine Komplettwandfarbe. Und das Sportzimmer wird jetzt mal ganz spontan gelb. Wie schön sonnig das hier doch alles ist. Ähm, gut. Fliese? Fliese ist doof, oder? Fliese mögen wir nicht. Wir wollen vielleicht Stein. Der Stein ist auch blöd. Linoleum oder so? Hier, da war Linoleum. Linoleum. Linoleum sieht auch blöd aus. Ähm. Ja, etwas so ein Kriselbonus. Aber genauso blöd. Machen wir einfach Teppich und dann sind wir alle glücklich. So, hier Teppich. Und dann wird das hier auch nochmal so ein schönes Creme-Gelb-Irgendwas. Okay, nee, das gefällt mir schon ganz gut. Dann packen wir das einfach mal hier in den ganzen Raum. Gut, dann haben wir hier alles, äh, verfärbt, oder? Ist das, ist der Boden gefärbt? Ja, ist ein brauner Teppich. Oder habe ich den nicht eingefärbt? Das sieht nämlich irgendwie blöd aus. Achso, okay. Der ist dann halt nur so, weil es hier so dunkel ist. Alles klar, das ist fertig. Der Boden hier und so ist fertig. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Ach ja, das imaginäre Zimmer hier, das ist natürlich nicht fertig. Ähm, ja, das werde ich auch erstmal so lassen, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und ich habe auch immer noch keinen Plan, wer hier mit wohnen soll. Aber wir werden da schon jemanden finden. So, ist hier unten jetzt alles fertig belegt. Hier hatte ich alles fertig, ne? Genau, so, dann noch der Partyraum unten. Hatte ich hier Wandfarbe? Ja. So, den bei dem will ich ja nicht nur weiß lassen. Hier sollten wir vielleicht irgendwas Cooles machen, ne? Aber mir fällt nichts Cooles ein. Deswegen machen wir das Ganze jetzt erstmal, äh, in dem Grauton hier. Ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ, ist aber relativ diskotypisch. Aber ich würde mich dann hier für einen eher teuren Boden entscheiden. Vielleicht eher sowas, was so ein bisschen, ne, das ist vielleicht nicht. Ähm, aber irgendwas anderes, was so ein bisschen edler vielleicht ausschaut. So ein, ne, ne, das ist ein touch too much. Ähm, ich hätte gerne sowas Großfliesiges. Das ist zwar hier ganz cool, aber ich glaube, das wirkt dann doch ein bisschen zu klein. Hm, sowas? Ne, ist auch blöd. Gut, einfach so einen simplen Boden. Hat vielleicht eher was, oder? Aber der sieht halt nicht so edel aus, weil ich hätte ja halt wirklich gern diesen Marmorboden. Aber der hat wieder diese ganzen Dings drin, hat der irgendwie... Hm, ich versuche den jetzt mal irgendwie einzufärben, in der Hoffnung, es gefällt mir dann letztendlich. Ich befürchte, wie gesagt, fast nicht, aber, ähm, ich hoffe es einfach mal, ne? Wir beten einfach mal, dass mir das gefällt und dann wird das schon schick. Okay, dann, äh, mal ein bisschen schneller hier, weil sonst sitzen wir hier drei Tage und es passiert nichts. Ähm, ja, sowas Sandiges wäre natürlich auch cool, aber irgendwie wirkt es nicht so richtig. Das ist zu feinsandig, das wirkt nach nichts. Und das hier, ja, das ist eigentlich ganz cool, aber ich hätte es gern ein bisschen heller. Vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung. Dann ist es vielleicht ein bisschen dunkler. Naja, das wirkt irgendwie nicht. Vielleicht müssen wir das doch wieder dunkler nehmen. Ja, okay, ich versuche jetzt einfach mal den Boden, wenn er mir nicht gefällt, kann ich den ja immer noch rausreißen. So, aber so finde ich das schon mal ganz schön. Moment, hier wollte ich noch was streichen, weil mir das sonst auch nicht gefällt. So, und dann haben wir es ja jetzt auch soweit. Und ich weiß gar nicht, was ihr hier gegen meine hellen Blumen habt. Ich finde die voll schön. Die sind mal wenigstens ein Farbtupfer in dieser Hüldenstadt, die eigentlich ja ziemlich spezifisch, also ausgelegt ist. Okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Badezimmern an. Weil damit fange ich ja in der Regel immer an, weil es am meisten Räume sind und ich nur das Gefühl habe, So, yay, wuhu, ich habe schon was geschafft, alles wird gut. Ähm, ja, hier würde ich einfach jetzt mal so eine Komplettbadewanne nehmen. Vielleicht aus Inselparadies wirkt das vielleicht am besten. Ne, das gefällt mir irgendwie nicht, aber die hier gefällt mir genauso wenig, also bleiben wir bei der aus Inselparadies. So, ja, hier ist alles ohne Verfärbungen oder so, dann nehmen wir einfach mal das. Und sind wir hier fertig? Ja, und klatschen das mal voll damit. So, was muss hier geändert werden? Ähm, ja, das könnte geändert werden, muss aber nicht. Das würde ich gerade mal so lassen mit den Fliesen. Das kann dann auch so bleiben. Das stört mich auch nicht weiter. So, die hier muss auf jeden Fall weiß, das stimmt schon und der Rest sollte auch weiß werden. Also gehen wir mal in Verschiedenes und korrigieren das Ganze für uns. So, jetzt muss ich aber hier mal mit der Maus klarkommen. Ach, Mensch, und das dauert wieder so ewig lange. Nein! Ja gut, wir haben ja Zeit, ne? Ist ja nicht so, als wollen wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Nein, wir warten einfach mal, bis Verschiedenes geladen hat. Das ist doch gar kein Problem. So, ja, okay, jetzt haben wir hier diese Außenmodule, aber das ist auch nicht so schlimm. Das bricht das Ganze wenigstens mal ein bisschen. So, schick, völlig in Ordnung. Und, ähm, ja, eine Toilette. Wollen wir hier diese etwas günstigeren Toiletten nehmen? Ich würde fast sagen, ja, oder? Ich werde jetzt hier auch kein Waschbecken reinpacken. Mir reicht jetzt hier so eine Pflanze, meine typische Badezimmerpflanze. Diese Pflanze ist die Lösung für alles. Ähm, ja, hier habe ich glaube ich Verschiedenes verwendet. Jawohl, so, dann mal hier ab aufs Klo. Und werde weiß. Obwohl, weiß ist jetzt vielleicht nicht so toll. Was haben wir hier für eine Farbe verwendet? Bitte, es ist gleich Verschiedenes, Gott sei Dank. Dann werde ich die einfach mal hier rüberziehen. So, ja, dann ist das schon mal schick. Dann kann ich das auch mal komplett auf die Pflanze anwenden. Und dann haben wir es hier auch schon schön. Dann kommt da noch eine Lampe drüber. Und dann ist es noch viel, viel schöner. So, meine typische Billig-Badezimmerlampe, die eh kein Mensch braucht. So, und dann finde ich dieses Badezimmer schon mal sehr, sehr hübsch. Gut, okay, dann kommt hier noch eins hin. Und weiter war in dieser Etage ja nichts. Dann kann ich ja hier unten schon mal die Lichter anbringen. Wenn wir dieses zweimal klicken, daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Beziehungsweise wieder gewöhnen. So, dann noch eins höher. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Haben hier noch ein Badezimmer. Gott, ist alles voll mit Badezimmern hier in diesem Haus. Aber es kann ja nicht verkehrt sein, ne? So kann man halt nur auf jeden Fall schon mal gucken, damit hier auch, ja, jeder Sim eine Toilette findet. So, ja, ich brauche jetzt eine Tür. Dankeschön. Weil ich habe heute ja noch ein Badezimmer. Wer hätte es gedacht? So, hier, Badezimmer, platziere dich und erfreue deine Benutzer. Gut, dann wechseln wir mal nochmal hier runter. Und klauen uns mal das Klo und die Pflanze. Weil die Badewanne brauchen wir jetzt hier für das große Bad eigentlich nicht. Ah, die können wir schon mal gleich nach oben verpflanzen. Weil hier für dieses Bad brauchen wir sie auf jeden Fall wieder. So, genauso wie die Toilette. Und ich denke mal, die Pflanze auch. Aber die werde ich da mal ein bisschen kontaktarmer platzieren. So, vielleicht so ein bisschen mit der Alt-Taste. Nämlich mit der Alt-Taste nimmt man so eine Blumen ganz nah ran, um es nochmal zu erwähnen. Ja, ich muss auch unbedingt mal ein Video für euch machen. So von wegen, das macht man so und so und das. Und hier, mein Kanal. Benehmt euch bitte so und so. Damit nicht jedes Mal die Fragen kommen, äh, kannst du dieses Haus online stellen? Und ich dann sage, äh, hab ich doch schon. Oder äh, kommt später. Und äh, steht in der Videobeschreibung. Das sind so typische Sachen, die ich mit Regeln meine. Wo eigentlich klar ist, hey Leute, das mache ich genau immer so. Aber ihr neuen Abonnenten, ihr wisst das denn irgendwie immer noch nicht. Was ja gar nicht schlimm ist. Du, du, du da vor dem PC, der dich angesprochen fühlt, du musst es ja auch nicht wissen. Gerade wenn du neu bist. Und deswegen werde ich jetzt mal irgendwann so ein Video machen. Damit wir hier alle mal wieder irgendwie klarkommen. Und, äh, wir alle ganz stressfrei leben können. Das wäre schon cool, oder? Das wäre schon, das wäre schon echt toll. Versteht mich nicht falsch. Ich helfe ja wirklich immer gerne weiter. Aber wenn man so eine Frage dann wirklich fünfmal am Tag kommt, habe ich beim fünften keine Geduld mehr. Der kriegt dann von mir meistens eine lange Nachricht, wo drin steht, äh, auf mich zuzutexten. Ich habe keine Zeit und alles ist so furchtbar. Ähm, ja okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich sage dann so ganz lieb, hey du, das ist da und da. Aber irgendwie nervt es mich schon ein bisschen. Und dann, äh, hat sich das meistens auch. Ihr seid ja auch immer alle ganz lieb und verständnisvoll für mich. Und von daher sind wir ja da alle ganz herzlich ehrlich. Ach, Mensch, ich liebe meinen Kanal-Slogan. Der, der, der passt so wie die Faust aufs Auge, ne? Das ist das Wahnsinn. So, dann haben wir dieses Bad schon mal fertig. Mensch, ich liebe Bäder, die gehen so schön schnell. Aber wir brauchen noch einen Spiegel. Ach, verdammt. Gut, okay, mein Lieblingsbadezimmerspiegel, weil der passt halt wirklich zu jedem Waschbecken, weil der so schön hoch liegt, ne? Gut, dann haben wir das. Da will ich jetzt aber nicht unbedingt eine Pflanze hinstellen. Mache ich aber doch. Ähm, wo ist denn meine kleine süße rosa Pflanze? Da ist die, die Orchidee. Schlag mich tot, Orchidee-Vase. Na ja, mein Gott, war jetzt sehr schwierig, das so rauszufinden. Gut, dann mache ich hier mal noch diesen langen Spiegel ran. Dup, 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 dup. Und tadaa. So, brauchen wir unten auch noch eine Art dieser Spiegel. Ich weiß nicht, aber wir brauchen bestimmt das Waschbecken. Dann klaue ich hier mal noch die Orchidee gleich mit dazu. So, tadaa. Und runter mit dir. Dann brauchen wir bestimmt auch noch den Wäschekorb. So, Wäschekorb ist unten. Und wir brauchen bestimmt noch den Spiegel. Du kommst also auch noch mit. Ah, wie viel mal so ein wunderbares Badezimmer kostet. Ist doch der Wahnsinn, oder? So, haben wir jetzt hier noch irgendwo ein großes Badezimmer? Hier oben haben wir noch ein großes Badezimmer. Alter, warum habe ich hier so viele Badezimmer? Okay, dann kann ich da eine große Badewanne reinkloppen. Dann kann ich mir hier noch ein bisschen Platz lassen. So, dann kann ich hier mal eine schöne Dusche rein. Ich liebe ja persönlich diese Dusche hier. Aber wir können ja auch mal eine andere nehmen. Aber die gefällt mir nicht. Pech gehabt. So, gefällt mir die besser mit dem Holz? Nee, irgendwie auch nicht. Ja, gut, Leute. Wir nehmen jetzt einfach mal die. Obwohl, wie sieht die aus? Die sieht natürlich auch cool aus, ne? Das ist eine Download-Dusche. Ja, komm, nehmen wir mal die Download-Dusche. Weil mir die einfach mal gefällt. Ich wusste gar nicht, dass ich mir die geholt habe. Hm, naja, so ist das hier öfters. Ich hole mir irgendein Zeug und habe keine Ahnung, ob ich es habe oder nicht. Ähm, 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 ähm. Ja, oder? Dann können wir auch eigentlich gleich hier diese wunderbare Download-Badewanne nutzen. Aber die gefällt mir nicht so ganz. Die passt hier irgendwie nicht rein, halte ich das Gefühl. Ähm, dann nehme ich vielleicht lieber hier diese altherkömmliche. Oder ich nehme die aus, äh, Traum-Suite-Accessoires. Weil die gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, ja, gut. Dann werde ich jetzt einfach noch den Rest einfärben. Und würde mich an der Stelle dann auch schon wieder verabschieden. Meine Güte, wie schnell mal die Zeit vergeht, gell? Ähm, ja. Dann würde ich einfach mal sagen, dass das Handtuch auf keinen Fall rot bleiben darf. Und dass die Badewanne dann vielleicht lieber, äh, in diesem Gelbton sich halten sollte. Und so schon ganz gut ausschaut. Und, äh, ja. Das wird jetzt an der Stelle Schluss machen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Das ist alles irgendwann mal zu Ende. Und das Gute sowieso. Und, ja. Dann bis zum nächsten Sonntag. Und, ja. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.